Hallo zusammen und ich grüße euch zu einem neuen FC-Video, Folge, Episode, was auch immer, hier auf Köln Inside. Und ja, es ist offiziell. Farid Alidou wechselt per Laie nach Köln. Das haben beide Vereine gestern Abend roundabout 18 Uhr rum bekannt gegeben. Ich hatte gestern noch ein Video gemacht mit der Frage, wann er denn endlich kommt und kurz danach war er dann da. Das nennt man dann wohl Berufsrisiko oder so ähnlich. Und Alidou soll auch heute schon ins Training einsteigen. Es scheiterte ja zunächst daran, dass Frankfurt nicht bereit war, eine Kaufoption zu verankern. Aber die Lösung ist nun eine Rückkaufoption, die sich die Frankfurter gesichert haben. Wann diese zum Tragen kommt und in welcher Höhe diese festgesetzt wurden, also beide Optionen, ist derweil noch nicht bekannt. Auch der Kölner Stadtanzeiger schrieb, Zitat, beide Vereine machten dazu zunächst keine Angaben. Ja, vom Spielerprofil passt er meiner Meinung nach perfekt in unser System. Die Frage wird nun sein, wie lange er braucht, um unsere Philosophie komplett zu verinnerlichen. Besonders in der Arbeit gegen den Ball, also auch im Anlaufen und Zweikämpfen. Da hat er noch Nachholbedarf, aber ich glaube, bei Steffen Baumgart ist er da bestens aufgehoben. Ich sage jetzt gleich nochmal eins, zwei Sätze zum Spieler selbst. Ich habe ja vor ein paar Tagen schon mal so ein kleines Profil gemacht über Stärken, Schwächen, die Heatmaps aus Hamburger und Frankfurter Zeiten. Das verlinke ich euch oben nochmal in der Infokarte. Wen es interessiert, kann sich das dann gerne nochmal im genaueren anschauen. Farid Alidou selber kam dann auch zu Wort. Ja, auch er durfte was dazu sagen. Er sagte nämlich, der FC hat mir in den Gesprächen eine ehrliche Perspektive mit auf den Weg gegeben und mir gesagt, woran ich arbeiten muss, um mich als Bundesligaspieler durchzusetzen. Dass der Verein auf junge Spieler setzt, hat man bereits in den letzten beiden Spielzeiten gesehen. Das war mir wichtig, gibt mir ein Gefühl und ist zeitgleich große Motivation, hier zu spielen und dem FC dabei zu helfen, eine gute Saison in der Bundesliga zu absolvieren. Dann ein, zwei Sätze zum Spieler selber. Also Alidou verfügt über die gewünschte und gesuchte Geschwindigkeit unsererseits. Er ist extrem dribbelstark und kommt vorzugsweise über die linke Seite oder die linke Bahn. Bei Frankfurt hat er meiner Meinung nach nicht wirklich in die Systematik gepasst, weil Frankfurt besonders unter Oliver Glasner vergangene Saison ja eher die Dreierkette mit Schienenspielern gespielt hat. Und da hat Alidou nicht wirklich hingepasst, weil ihm, wie gesagt, die Arbeit gegen den Ball fehlt oder auch das Führen von Zweikämpfen fehlt. Und auf den Halbpositionen hat die Eintracht ja eher mit Spielern gespielt, wie Mario Götze, Lindström und vorne drin dann eben Colomuani. Also die Position oder die Paradeposition von Alidou gab es in der Systematik nicht. Gut, er ist 22 Jahre jung, 1,86 groß, also für einen Flügelspieler recht groß und hat einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Ja, das zum Spieler. Und was sagt ihr denn dazu? Das wird mich mal interessieren. Wie findet ihr die Lösung? Und ja, ich muss sagen, ich finde, das ist eine gute Lösung. Also, ich habe auch gestern mit einigen FC-Fans noch gesprochen und viele sind auch, das ist mir vollkommen klar. Wie soll ich sagen? Skeptisch-optimistisch formulieren wir es mal so. Das liegt auch daran, dass er ja letztes Jahr schon nach Köln wechseln sollte, sich aber dann für Frankfurt entschieden hat. Aber es ist nicht mit dem Fall Hollerbach zu vergleichen, was ja nun wirklich eine Farce war. Und klar, das ist jetzt eine Laie mit Kaufoptionen. Wir wissen nicht, wie hoch die ist und Frankfurt hat auch eine Rückkaufoption. Allerdings ist es ja auch so, die Rückkaufoption ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also nur, weil es die gibt, heißt das ja nicht, dass der Spieler nach Frankfurt zurück muss. Das liegt ja dann am Ende des Tages auch wiederum am Spieler selber. Es ist ja auch möglich, dass sich Alidou hier wohlfühlt und gerne bei uns bleiben will, weil er in Köln Wurzeln schlägt oder so ähnlich. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall für die kommende Spielzeit ist das vom Profil her genau das, was wir gesucht haben. Ob die Qualität dann letzten Endes reichen wird, das ist abzuwarten. Aber letzten Endes bleibt nur zu sagen, willkommen in Köln, Farid Alidou.